Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 26. März 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 588 und ich habe heute die folgenden Themen mitgebracht. Mac OS, Samsung Pay, Apple Card, YouTube Originals, Asus und Xiaomi. Ich beginne mit einem Thema, was ich eigentlich gestern schon hätte drin haben sollen, wenn ich es dann denn schon gewusst hätte. Gestern wurde Mac OS, damals noch Mac OS X, nämlich 18 Jahre jung oder alt. Somit volljährig und ja, vor 18 Jahren, wer hätte das gedacht, so lange ist es schon her, hat Apple damals den grossen Schritt gemacht von seinem alten System auf Mac OS X. Interessant, interessant. Ja, schönes System, schöne Möglichkeiten, gibt aber auch andere schöne Systeme und andere schöne Möglichkeiten. Und zu solchen Bezahllösungen gehe ich jetzt über, nämlich drüben bei Samsung. Da gab es ein Interview mit dem Samsung Schweiz-Chef, wo man ein bisschen über, zum einen eben Samsung Pay gesprochen hat, wie es da ausschaut, wie der Wachstum da ist. Da gibt Samsung ja keine Zahlen raus, auch wie viele Kunden das Samsung Pay direkt nutzen. Da wird nichts darüber gesprochen. Worüber aber gesprochen wird, ist, dass es anscheinend soweit kommen könnte, dass Samsung Pay sich öffnen wird für Debitkarten, dass man normale Konten quasi mit einbinden könnte. Und das wünsche ich mir ja schon ganz lange auch von Apple Pay. Gut, in Amerika geht das ja, grundsätzlich würde es ja gehen. Denn die lieben Banken wollen da ja wieder mal nicht mitspielen, wie immer. Und das nicht nur in der Schweiz, sondern auch noch in vielen anderen Ländern. Aber ja, somit haben sie aber auch gerade gesagt, dass es eigentlich möglich wäre, Twint da in dieses Bankkonto oder in die Wallet von Samsung Pay reinzunehmen. Und das wäre doch auch mal ein Weg. Aber auch da werden sich die Banken ziemlich sicher querstellen. Obwohl, nachdem sie jetzt das von Apple gehört haben, da komme ich nachher noch dazu, könnte das ja bald vielleicht auch anders aussehen. Auch hat man sich geäussert oder hat er sich geäussert über 5G hier in der Schweiz. Weshalb und wo das man am meisten davon profitieren wird. Und auch davon, dass es nicht eine Frage sein wird, wo hat er das jetzt nochmals gesagt, wie viele Geräte, dass man verkaufen wird, sondern ob man nicht zu wenig Stückzahl hat. So in dem Drehrum hat er es sich zum Samsung Galaxy Fold geäussert, das kommt ja am 3. Mai hier in die Schweiz, unter anderem auch in Deutschland. Ich nehme an, in Österreich wird es auch so sein. Und wir haben dazu auch eine kleine Umfrage gemacht auf dem Geek Talk Twitter Account. Wer die verpasst hat, kann da gerne noch teilnehmen und sagen, ob das was für ihn ist oder nicht. Oder man noch abwarten möchte oder wie auch immer andere Marken bevorzugen möchte. Gut, gehen wir eins weiter und zwar zum Apple-Event. Und keine Angst an all die Nicht-Apple-Freunde da draussen, das wird nur ein kurzer Exkurs sein. Nachher geht es wieder zu anderen Themen über. Apple hat unter anderem, und das ist eben das ganz Spannende, in Zusammenarbeit mit Goldman Sachs eine Kreditkarte von Apple vorgestellt. Mit der, die es übrigens auch in physischer Form gibt, so in einer Platte, nicht Kunststoff, sondern, was ist es, Aluminium, glaube ich, wo man sie physisch verwenden kann, die hat mehrere Vorteile, zum einen keine Grundkosten, zum einen keine Fies und so weiter. Also ein ziemlich interessantes Produkt. Auch im Ausland soll das Ganze sehr, sehr einfach werden. Somit natürlich einen Riesenschuss in Richtung Revolut und ähnlichen Lösungen, die es immer noch nicht geschafft haben, Apple Pay zu integrieren. Und ja, was ist das Grösse an dem, ist die Cashback-Funktion. Ein Prozent gibt es, wenn man mit der Karte direkt im Handel bezahlt. Zwei Prozent gibt man, wenn man überall im Handel mit Apple Pay bezahlt. Natürlich über die Kreditkarte von ihm. Die dritte Möglichkeit, die dritte Abstufung ist, wer im Apple Store und im App Store und in der restlichen Apple-Welt mit Apple Pay bezahlt, bekommt insgesamt sogar drei Prozent Cashback. Das Ganze wird sehr interessant. Es startet ab dem Sommer in den Staaten und ich hoffe, irgendwann dann auch ziemlich schnell hier bei uns, Deutschland, Schweiz und Österreich, zumindest hier in der Schweiz, hätte Goldman Sachs eine eigene Bankenlizenz und könnte somit deutlich schneller in den Markt kommen, als wir damals auf Apple Pay gewartet haben. Eine Frage, würdet ihr die Karte nutzen, ja oder nein? Auch dazu haben wir in den Shownotes einen Link zu einer Umfrage, die wir über unseren Twitter-Account rausgehauen haben. Bitte lasst uns das doch wissen. Wäre spannend, noch ein paar mehr Antworten da drin zu haben. Ja, Apple hat an diesem Event und wie gesagt, mehr möchte ich mich da auch nicht darauf auslassen. Das machen wir dann in der News-Folge in dieser Woche, die gegen Ende der Woche dann rausfallen wird, mit genügend Abstand und ein bisschen Beruhigung der Gemüter. Google hat bekannt gegeben, dass sie seine Google Originals einstellen wird. Apple hat jetzt gross aufgefahren und gross seine eigenen Produktionen vorgestellt und promotet, die dann irgendwann im Herbst starten werden. Und Google geht da einen anderen Weg. Das hat anscheinend bei ihnen überhaupt nicht rendiert, funktioniert und was auch immer. Und deshalb möchte man diese Originals nicht mehr weiterpflegen. Weiterpflegen sollte Asus seine eigene Software, denn die haben, wie ein paar andere Hersteller, auch einen eigenen Hub, wo man quasi Treiber, Updates und alles Mögliche darüber installieren kann. Grundsätzlich sicherlich keine allzu doofe Idee, aber eigentlich doch, weil solche Plattformen sind natürlich immer auch ein Angriffspunkt, weil diese Hubs haben eine sehr tiefe Verknüpfung in das OS von einem jeweiligen Rechner, also in dem Fall natürlich ins Windows und haben da viele Berechtigungen. Und ja, da wird natürlich mit Zertifikaten gearbeitet, wo dann auch steht, ja, diese Software zertifiziert von in dem Fall jetzt eben Asus. Und dann installiert man halt auch mal was, weil man vertraut ja dem Hersteller, wenn man schon den Rechner von denen kauft. Das doofe nur, da wurde ein bisschen was gehackt, ein bisschen was rumgeschraubt, ein paar Daten oder ein paar Dateien auf dem Server ausgetauscht und dann kamen plötzlich Updates, die über zwei Millionen Nutzer auch installiert haben. Doch die Updates waren verseucht und waren dann quasi eine Backdoor auf dem Rechner. Damit wollte der Angreifer nicht unbedingt im grossen Stil Rechner infizieren. Genauer gesagt ging es eigentlich um einen relativ überschaubaren Bereich, 600 Rechner, von denen sie die MAC-Adresse darin hinterlegt haben, wurden schlussendlich anvisiert und da hat dann die Schadsoftware auch begonnen oder die Möglichkeit gegeben, darum zu wirken. Was genau das für Rechner sind und woher, dass die gehackt wurden oder gehackt werden wollten, das ist nicht bekannt. Da ist Kaspersky, der das Ganze herausgefunden hat, also die Software oder die Geschmiede dahinter, besser gesagt, noch nicht ganz so weit und ist da noch am rumforschen. Wer also ein Asus-Computer seinen eigenen nennt, vorsichtig mit Updates, lest euch, was diese tun und möchten. Ein bisschen weniger vorsichtig und das ist auch gut so, nämlich sehr innovationfreudig ist man bei Xiaomi. Die haben jetzt anscheinend einen Akku entwickelt, der es ermöglicht, innerhalb von 17 Minuten die ganzen 4000 mAh Leistung mit Dampf zu befüllen, also mit Strom logischerweise, und damit nutzbar zu machen. Solche Schnellladetechnologien gibt es ja verschiedenen Herstellern schon, bei Oppo, bei Huawei und eben auch bei Xiaomi selber. Und da ist meistens wird dann gesagt, ja in 10 Minuten hast du 30, 50, 60, was auch immer Prozent vom Akku gefüllt. Xiaomi ist jetzt der erste Hersteller, der sagt, wie lange das es braucht, bis die volle Ladung reinkommt. Denn bei eben anders genannten war es immer so 30 Minuten oder 10 Minuten für, ja, sagen wir jetzt mal die Hälfte vom Akku und drei Tage dann für den Rest, also drei Stunden, Entschuldigung, oder 30 Minuten, was auch immer. Also dann deutlich wieder eine längere Zeit. Somit wirklich sehr spannend und wir dürfen gespannt sein, welches das erste Produkt ist, welches da draufsetzen wird. Bei Xiaomi, wenn mich nicht alles täuscht, berichtig mich, wenn das nicht so ist, war, glaube ich, Ende diesen Monats noch, also relativ in den nächsten Tagen und oder Anfang des nächsten Monats, was Neues geplant zu zeigen. Was Neues geplant zu zeigen und somit steige ich dann auch aus der heutigen Folge aus, ist ja heute Huawei. Keine Ahnung, ja, ihr wisst's. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. P30, glaube ich, heisst es, das Neue. Ja, euch wünsche ich einen schönen Tag. Ich werde euch sicherlich morgen ein bisschen was über das neue Huawei-Smartphone erzählen können. Ansonsten, ja, habt einen erfolgreichen und schönen Tag und wir hören uns, wenn es passt für euch, morgen wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.